hallo leute ich grüße euch schön dass ihr da seid und ich möchte die gelegenheit am letzten tag des jahres nutzen durch allen einen schönen und guten rutsch in das angeljahr 2023 wünschen ich bin noch für eine nacht unterwegs am wasser ich versuche noch ein fisch zu fangen und ja das angeljahr war für mich wirklich toll ich habe viele interessante sachen erlebt war unterwegs auf großer frankreich tour wir haben sehr viel gefilmt vom youtube kanal war eine menge los genauso wie auf den kanälen in den sozialen medien ich möchte die gelegenheit nutzen und mich bei euch bedanken für die unterstützung die ich bekommen habe von allen die mich verfolgt haben die die filme gesehen haben die ich zusammen mit alex zirkler mit jörg rause gemacht habe auch natürlich bedanken für das wirklich immense interesse an unserem film carb trail der am zweiten weihnachtsfeiertag auf den youtube kanal erschienen ist schön dass so viele sich den film angesehen haben ich bin mir sicher auch im nächsten jahr 2023 geht es weiter wir haben tolle projekte geplant vielleicht hat auch der ein oder andere von euch ein nettes projekt geplant einen besonderen angelausflug vielleicht mit freunden mit der familie oder in ein besonderes land schreibt mir gerne in die kommentare was ihr euch für 2023 am wasser wünscht was ihr geplant habt feiert alle kräftig kommt gut ins neue jahr einen guten rutsch und bis bald danke für an euch noch mal für den geilen support 2022 bis bald euer robin illner